hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen zu dieser eine flash light ausgabe heute am donnerstag dem 10 6 2021 und damit willkommen zu den news wie peppermint anime bekannt gegeben hat werden beide staffeln des anime saakano how to write a boring girlfriend sowie der sequel film erscheinen die disk veröffentlichung soll laut dem publisher im laufe des nächsten jahres erfolgen weitere details stehen allerdings bislang noch aus der romance comedy anime saakano besteht aus zwei staffeln mit jeweils 12 und 11 episoden sowie zwei bonus folgen und dem abschließenden sequel film nachdem bereits im letzten monat ein neuer trailer zur zweiten staffel des anime i'm standing on a million lives veröffentlicht wurde enthürten die verantwortlichen nun auch ein neues key visual zur serie während viele key visuals durchaus schön anzusehen sind stellt dieses allerdings eine besonderheit dar das neu veröffentlichte key visual des anime basiert nämlich auf einer zeichnung vom synchronsprecher yutu uemura welche in dem anime serie den hauptcharakter yusuke yusutsa spricht sein erstentwurf wurde ebenfalls auf der offiziellen webseite veröffentlicht weitere einblicke in den produktionsprozess des visuals gibt euch die webseite des anime komiko habara übernimmt erneut die regie des anime bei maho film auf der offiziellen webseite der anime adoption von remake our life wurde bekannt gegeben dass die anime serie am dritten juli mit einer einstündigen episode inklusive werbung im japanischen fernsehen ausgestrahlt wird den neuesten trader findet ihr im artikel auf unserer webseite animeheaven.de tomuki kobayashi inszeniert den anime bei viel. gyo wird als ursprünglicher schöpfer genannt und ist für die serienskripte verantwortlich die offizielle webseite der anime adoption von dragster on a other world the slow life of a cheat pharmacist veröffentlichte gestern einen neuen teaser zur serie in dem die protagonistin noella vorgestellt wird bei der weiblichen haupthellende des isekai anime handelt es sich um ein wolfsmädchen welches sich in dem wald befindet in dem der protagonist reichi in jene andere welt transportiert wird dieser rettet sie als sie gerade von monstern angegriffen wird der neue teaser gibt zudem eine vorschau auf den insatz song porzio ga hoshikunura uta welche von noels synchron sprecherin risai matsuda gesungen wird wie peppermint anime bekannt gegeben hat wird sich die deutsche disk veröffentlichung der anime serie id invaded aufgrund von verzögerungen in der produktion um zwei wochen verschieben demnach wird das erste volume erst am ersten juli erscheinen und zwar als media book edition welche sowohl dvd als auch blu-ray beinhaltet wer im akiva part shop bestellt hat erhält seine lieferung bereits zum ursprünglich geplanten termin am 17 juni die nachfolgenden weitere volumes sind weiterhin für den 19 august und 21 oktober geplant die offizielle webseite zur sechsteiligen fortsetzungsfilm reihe princess principal ground handler gab am montag hat bekannt dass die blu-ray disk version des ersten films in japan eine neue ova mit dem titel busy easy money enthalten wird die sechsminütige episode erscheint am 28 september zusammen mit der blu-ray version des ersten films für die produktion zeichnete sich dabei wieder studio actors verantwortlich bei welchem masagi tachibana die regie führte das hololife alternative project der virtual youtuber agentur hololife hat am freitag auf twitter einen manga mit dem titel holo earth chronicles seit yamato phantasia veröffentlicht die originalgeschichte basiert auf der welt des projekts und ist sowohl auf englisch als auch auf japanisch verfügbar goblin slayer mangaka kurs kouroze wurde auf twitter für die zeichnungen genannt er kommentierte auch ich mache dies parallel zur serialisierung von goblin slayer darüber hinaus hat das projekt am montag seine webseite holonometeria gestartet um die schlüsselwörter geschichten und orte des projekts zu katalogisieren servic Thinkwart травm nut verwirsch verwirsch bewirsch bewirsch ù envirsch ょ